Willkommen zurück zu Obscuritas. Weiter geht's. Ich wollte hier raus. Genau. Wir haben jetzt hier die Köpfe und die Körper. Gurken, Döns. Ich setze einfach mal den... ...den Körper auf... ...das Ding in hier. War das hier drin? Ach, das Licht wieder an. Hier ist immer ein bisschen Durchzug, wenn ich das aufmache, ne? Das ist nicht so. Cool. Wird's ein bisschen kalt. So, hier. Hier haben wir das kopflose Ding. Soll das so sein? Das sieht so falsch aus. Das sieht so komisch aus. So irgendwie... ...den Schlüssel... ...den Schlüssel haben wir auch keinen bekommen. Ich lass das mal so. Ich lass das einfach mal so und guck, ob die Tür vielleicht von allein aufgegangen ist. Nee. Schad. Die Oma. Stellt euch mal vor, ihr hättet eine Oma, die so... Ich weiß nicht. Ich kann mich mit der nicht anfreunden. Die ist so gruselig. Ich mag die einfach nicht. So, geh mal in den Raum rein. Mag ich nicht so. Hä, die Pflanze? Hey Leute, das ist doch... Werde ich schon bekloppt? Das kann ja nicht sein. Die Pflanze stand da eben da drüben. Jetzt hier. Dann da drüben. Weil vorhin hier diese Dinger, diese Flecken, die beweglichen, die waren ja nicht so, ne? Da. Vorher. Ist hier jetzt irgendwo ein Schlüssel hingefallen. Dass hier die Lampen auch nicht gehen. Was soll denn das? Es sieht einfach falsch aus. Ist es dein Ernst? Geht jetzt immer das Licht aus, wenn ich was draufsetze? Ist auch unlustig. Es sieht einfach unrichtig aus. Aber hier ist ja sonst nichts, oder? Bin ich blind? Wir haben... Wir haben... Ja, so ein paar Dinger, aber... Also zwei... Ich weiß nicht so ganz, ob die... Wirklich die Lösung sind, oder ob hier... Das hörte sich eben so an, als wäre Glas zerbrochen. Ja, das Glas ist bei den Spinnen zerbrochen, Fräulein. Das war genau hier. Das war voll nicht so... Uncool. Tja, was macht man jetzt? Das hörte sich an, als wäre Glas zerbrochen. Vielleicht irgendwo anders. Pass auf, ich hab grad Gänsehaut. Ich hab grad Gänsehaut. Hab dir das gehört? Das ist doof. So. Das macht immer so doofe Geräusche. Das Spiel... Also die Geräuschkulisse vom Spiel ist echt wieder mega geil. Das muss man ihm echt lassen. Generell ist es schon gut. Oh! Da ist der Schlüssel! Ich war einfach nur doof wieder. Ich war einfach nur wieder dumm. Dumm wie ein Toastbrot. Entschuldigung an alle Toastbrot-Fans. Ich hätte selber keinen Toast. Was? Hä? Wo ist denn noch... Ah! Ich weiß wo! Ja. Alles klar. Wo ist denn die Tür? Hier ist die Tür. Oh, ich wette, der springt jetzt die 20 Millionen Spinnen an. Noch nicht. Nee. Nein. Mach ich nicht. Mach ich nicht. Mach ich gar nichts mehr. Ey, ihr seid nicht korrekt. Ihr seid doch echt nicht normal. Hör auf! Peter! So, nimm den Kopf und geh. Hallo! Es tut mir leid. Ich will den Kopf! Gib mir den Kopf! Gib mir den Kopf! So, das Ding wechseln. Gib mir den Kopf jetzt! Hallo! Brigitte! Nimm den Kopf! Nee, ich weiß ja. Es ist ja Sarah. Vielen Namen auch schön. Was soll das? Leute. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist eure Mission? Wollt mich doch komplett zerstören. So. Jetzt haben wir hier so ein Ding. Setzen wir mal hier drauf. Das sieht auch falsch aus, ne? Ach, ich glaube ich weiß, wo das hin muss. Das muss... Das muss hier hinten hin? Der Schlüssel war aber auch ganz schön mies, ne? Oder? Also es war echt nicht so nett von euch. Aber es ist hier schon nett. Gar nichts. So, das muss, glaube ich, hier hin. Ja, das sieht doch schon besser aus. Oder? Das sieht aus wie dieses Vieh von Harry Potter. Ich weiß aber nicht mehr, wie das heißt. Und ich glaube, das hat grad voll übersteuert bei dem... Soll ich nämlich manchmal selber? Manchmal. Nicht immer, manchmal. Ja, selten. So, der Pferdekopf, der muss bestimmt hier zum Peter. Und Peter sitzt jetzt nicht mehr. Oh Gott, Peter. So. Aha. Ah! Das hier, oder? Ist verrutscht? Es hat grad irgendwas zum Geräusch gemacht. Ich weiß aber nicht genau. Wo... Das Geräusch kam. Machs Licht an. Machs Licht an. War hier irgendwas? Nee. Hier war nichts. Ich werd echt schon wahnsinnig. Hier ist auch nischt. Als ob ich bei den Geräuschen irgendwie normal bleiben kann. Was denkt ihr euch? Machs Licht wieder an. So, hier ist auch nischt. Hier ist auch nischt. Soll der Schlüssel sein? Ich will ja meinen Schlüssel. Hör mal. Ey. Ah! Ich wollt grad schon... ... ... ... Nein, wollt ich natürlich nicht. So. Next. 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 Gehen wir jetzt schon in den nächsten Abschnitt wieder? Ne. Ich weiß nicht, ob ich das will. Ich weiß nicht, ob ich das will. Oh, wie ist Lichter, Mann. Die auch? Wow. Was? Ihr seid so ekelhaft! Oh, ihr seid so gemein! Oh, ich will echt nicht mehr meine Füße jetzt auf dem Boden haben. Bei mir zu Hause. Sitze jetzt ein bisschen verkrampft. Also, ihr seid so gemein! Soll ich euch auch nochmal sagen. So. Ich hab doch die Spin angeguckt. Ich hab gedacht, weil ich weiß ja, das Spiel stellt sich so ein bisschen darauf ein. Und ich hab gedacht, bei dem, wo man vielleicht nicht so guckt oder so... Oh, aber wie unfair seid ihr denn bitte? Äh! Pfui! Ihr Ekels! Ihr Ekel. Ekels. So. Kommt meine Notiz nebenbei. Okay. Muss auch immer mal sein. Ist nicht die... Watt. Ein Schlüssel. Also, das Rätsel eben hat mir gut gefallen. Ich dachte, da hängt jemand. Watt. Das Rätsel hat mir gut gefallen. Oh, was ist das? Mhm. Das sieht aus, als müssen wir das irgendwo einsetzen. Ich bin mal gespannt. Oh, das Bild ist schön. Das ist toll. Gefällt mir. Was ist das? Ah. Okay. Ich glaube... Kann das sein... Den Brief nehme ich sofort an mich. Hör mal. Hör mal. Das macht keinen Müll. Wenn jetzt anfängt, das Licht auszugehen, dann ist hier aber Polen offen. Überall das gleiche Bild. Also, es ist schön, aber keine Frage. So, dann nehmen wir mal den Brief. Meine Arbeit geht immer noch zu langsam voran. Oh. Wenn ich nicht langsam Fortschritte mache, dann werde ich zur Lebzeit nicht mehr erfahren, ob die alten Geschichten wahr sind. Mhm. Mhm. Okay. Ob die alten Geschichten wahr sind? Ja. Weiß ich auch nicht, ob die wahr sind. Wenn ich den nicht sag... Alter, hör bitte auf. Wenn jetzt doch das Licht ausgeht... Wir hier wieder... Nee. Das ist easy. Alles normal. Wo guckt es denn hin? Ach, ist ein Typ. Ach, ist ein Typ. Okay. Sorry. Oh. Badezimmer. Äh. Äh. Bitte, was? Huch. Das Luftballon. Okay. Äh. Ihh. Was war das denn? Okay, cool, aber... Bäh. Okay, ein Schlüssel und so ein Ding. Muss ich mir das auch schreiben, wo was liegt? Bäh. Bäh. Oh, ihr seid echt... Mein Herz. Ich bin alt. Macht sowas nicht. Ja. Komm. Mach dich weg. Ich glaube, langsam wird's ein bisschen haarig, Leute. Ähm. Was ist das? Für ein Ding? Ich glaube, die Schonzeit ist rum. Jetzt geht's los. Sag ich doch. Du warst das nicht, mein Fräulein. Du sitzt nämlich da. Du bleibst da auch. Wenn ich mich gleich nochmal umdrehe, guckt die mich bestimmt an. Dann raste ich komplett aus. In jedem Raum muss doch irgendwas sein. Kann ja nicht sein, dass der Raum komplett leer ist. Das geht ja nicht. Das geht scheinbar schon, aber... Was soll das? Nein. Ist mir egal. Du machst hier keine ekligen Geräusche mehr. Hä? Hä? Ja. Würde ich ja nicht so sagen. In welchem Raum waren wir neben? Da hinten, ne? Davor waren wir aber auch schon drin. Hier ist doch... Hier fehlt irgendwo eine Tür. Kann das sein? Ist doof? Da ist ein Kreis. Da war ein... ein Kreuz? Ne. Warte mal. Da ist ein Kreis. Da ist ein Kreis. Hinten da. Bitte. Ist was? Bin ich falsch? Sowas ist nicht in Ordnung. Hier in die Tür sind wir ja reingekommen, ne? Ich muss mir nochmal die Bilder angucken. Hier ist ein Dreieck. Können wir das jetzt mitnehmen? Nope. Können wir nicht. Ich glaube wir müssen was finden, wo so eine Raute ist. Kann das sein? Achso. Hier war also nichts. Hier ist sowas? Oh, ich dachte, hat's gewittert bei mir zuhause. So ja, die Geräusche sind... ... und fallen mir sehr gut. Aber das... ... bin ich ja schon gewohnt. Hier von... ... den Damen und Herren. Ich glaube es sind... ... auch Damen dabei. Bin ich mir nicht so sicher. Von Wiz Games. Das ist nicht. Das muss ich tun. Ich habe einen Schlüssel. Aber sonst keinerlei Anhaltspunkte. Hör mal auf zu flüstern. Wenn du mir was zu sagen hast, dann red laut mit mir. Ich weiß jetzt schon, ich habe wieder eine große Klappe und gleich kriege ich einen auf die Fresse. Ist doch immer so. Kaum ist man mal ein bisschen mutig, böse zum Spiel, kommt das Spiel und sagt... Fick dich hart. Fick dich hart. Hm. Ist hier irgendwas? Oh. Hier ist auch nichts. Gehen wir mal hier in die Ecke. Ist auch nicht so viel. Gut, draußen ist wieder ein bisschen Rabatz. Kann wir die echt nicht mitnehmen? Muss ich wieder Pixel genau auf mich hinstellen und... Huch. Dann so ein bisschen... Nee. Geht nicht. Kann ich die Bilder abhängen? Ist ja auch ein bisschen krass, oder? Wenn ich jetzt die Bilder abhänge. Ein bisschen viel. Ich weiß es nicht. Kann ich es nicht so einschätzen. Hallo. Es ist doch gut jetzt. Du kannst später spielen, wenn ich weg bin. Ich gehe gleich wieder. Vielleicht dauert es ein bisschen. Äh. Habt ihr es gesehen? Iiiiih. Oh, ich will gar nichts mehr machen. Ich packe hier nichts mehr an. Ich bewege mich keinen Meter mehr. Der Typ hat sich gerade bewegt, der hat den Kopf zu uns gedreht. Pfui. Die alte Drecksau. Ich raste aus. Was willst du hier? Da. Der hat den Kopf zu uns bewegt. So ein Ekel. Bäh. Äh. Ne. Ich will nicht mehr. Ich. Ne. Nein. Nope. No way. Ich mache gleich eine Pause. Es war schon wieder zu viel. Wann hört es noch auf? Wann reicht es? Hä? Was muss ich tun? Was muss ich tun? Hä? Hä? Sag mir, was ich tun muss. Ah, hier ist so ein... Hä? 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 Ich esse euch noch nichts mehr. Du blöde Drecksau. Oh, ich hasse dich so hart. Das gibt es doch nicht. Hä? Iiiih. Oh, Leute. Es ist so ekelhaft, was ihr hier abzieht. Also ich meine die Puppen. Und diese Dinger. Und... Seid ihr doof? Macht sowas nicht. Ist bestimmt die olle Auna weg und er glotzt mich an. Ne. Macht er nicht. Also... 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 Also bitte. Was? Also... Also bitte. Puh. Alter. Holy... Shit. Ich wollte eigentlich nur gucken, ob ich hier mein... Das Teil einsetzen kann. Auf einmal rastet er hier komplett aus. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Dich. Genau dich. Wo guckst du hin? Ne. Ich mach jetzt ne Aufnahmepause. Reicht mehr. Vielleicht mach ich auch komplett ne... Ja. Ne Session-Pause, aber... Da müssen wir wieder von vorne anfangen, ne? Eigentlich würde ich so... Hör auf da jetzt. Würd ich... Lieber... Eine Aufnahmepause machen. Und das mach ich jetzt. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.